Reisegruppe Oktoberfest steht. Wir sind hier in einem... wie sind wir? Acht Mann? Ist nicht live, aber wie heißt du? Stelian. Stelian ist unser Fahrer und bringt uns jetzt wohin? Zu Theresien. Wiese, ich ergänze mal. Also wir wollen jetzt nicht zu Theresa, aber zu Wiese wollen wir. Wie lange brauchen wir, sagst du? 15 Minuten, sagt er. Also sind wir 40 da. Ja genau. Geht auch eine viertel Stunde. Guck mal hier. Also, aber wir sehen, es ist eng. Du hast ein Smart-Kombi. Aber wir passen alle rein zu fünf. Ne, wird schön. Wir freuen uns. Geil. Hier mit Wunderbaum und allem. Duft, was ist das? Arctic White. Natürlich, was sonst. Nicht nach Eisbären. So, los geht es. So, da ist es. Es geht also los. Wir gucken mal. Hier ist die Reisegruppe. Keiner weiß Bescheid, aber alle wissen alles. Es wird richtig gut. So, hör mal. Bisher ist es auch wie kranger Kirmes, ne? Also, was anderes ist es auch nicht. Wir gehen jetzt auf die OI. OI. Also, so spricht man Alter aus, weil man acht Dinger aufm kann. Also, auf die OI. Ja, wir gehen jetzt halt da auf die alte Wiesen gucken. Ja. Schauen wir mal. Wir starten hier im Zelt von RB Leipzig. Hier wurde diskutiert, ob wir auf der Wiesen jetzt ein Bier trinken oder einen Rundgang machen. Sag mal, weit bitte. Oder zieh. Ich bin ja nicht auf dem Wandertag. Ich hab Brand wie Sau. Oh, es ist jetzt schwer, Alter. Nochmal. Hier, guck. Alter. Alter. Ah, guck mal, geil. Malbuch, ne? Das ist eine Speisekarte. Super. Guck mal, hier ganz ehrlich, ne? Hier ist der Bruder von Manfred Krug, Stein Krug. Das wird echt lecker. Aber jetzt gehen wir zum nymphanischen Sex. Ach, ne, hier. Moment. Nymphenburg. Hier ist das Karussell von RSV und Schalke. Hoch, runter, hoch, runter. Das ist das Zelt von Niklas Füllkrug. Ach, ne, der macht ja fast keine guten. So, aktuell sind wir vom Abfahrturs. Man kriegt dann nur im Zelt was zu trinken. Ne, hab auch keiner gesagt. Aber es ist nicht so. Man soll, da ist nicht so wild. Warten wir halt. Komm mal, das ist unsere beste, beste Waffe. Bist ein TikToker? Ihr seid TikToker, ja. Hallo, ich bin TikToker. Ja, ach so, ja. Hallo. Hallo. Supergeil, hier haben wir einmal. Vorspeisenplatte vom Herrmann. Für uns alle. Ja, ich kann jetzt gerne ab. Bist du stand, dass es auf dem Becken liegt? Ja, das bisschen Kevin schon mal gebracht hat. Ich stand auf dem Becken, bitte. Was sollen wir jetzt? Was ist das denn? Unten wird es eklig, oder was? Das ist doch irgendwie Schafpenis, oder wie? Wenn der Schnapps ins Spiel kommt, ist die Scheiße vorbei. Ja.